So Also manchmal finde ich das echt irritierend, dass da so am Schluss ganz oben so ganz kleine Schotterdinger sitzen. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwelche Monster waren, so Schottermonster, die dann halt zerfallen sind. So, warte mal, vier Fackel. Okay. Da wären wir dann mit dem Schotter auf jeden Fall auch fertig. Und dann würde ich eigentlich so ein Karussell-Deventro machen. Dann käme er vielleicht da ein bisschen rum und könnten gucken, was da oben ist. Okay. Und ich muss mal bei Gelegenheit gucken, ob es vielleicht so eine Mod gibt, die quasi automatisch die Felder ersetzt. Also quasi, dass wenn ich drei Schaufeln habe, dass man nicht da unten im Inventar nach einer neuen Schaufel suchen muss, sondern das automatisch, wie nennt man sowas? Weil das halt automatisch die Schaufel gesetzt wird. So. Dann würde ich hier vielleicht nochmal eine Fackel hinsetzen. Okay. Da oben gibt es auf jeden Fall Dinge zu tun oder zu entdecken. die Frage ist jetzt natürlich, also das zieht ihr jetzt schon nach einem relativ weitläufigen Höhlensystem aus. Die Frage ist natürlich, ob wir, inwiefern das reicht, was wir da so tun. Also, ob wir das Ende der Höhle finden oder nicht. Und ich meine, ich möchte ja, ich persönlich möchte quasi den Tiefpunkt der Welt entdecken. Einfach damit wir quasi den Tiefpunkt der Welt entdeckt haben. So. Und hier sammeln wir quasi Schotter ein, bis zum Abwinken. Ich meine, diese ganzen Steine, die brauche ich eigentlich nicht. Zumal es bessere Materialien gibt, aber ich würde zum Beispiel ganz gerne halt irgendwie... Ah, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Zack. Kannst du wieder da hin, kannst du wieder da hin. Ähm. so so was wir mit dem schotter machen weil sie alles noch gar nicht zumal das echt vieles grad so und da bin ich gerade noch ein bisschen am überlegen so irgendwo anders war ja noch so eine lücke da war die lücke das reicht eigentlich schon also gut dann würde ich mal auf fünf gehen und dann kann man ja hier sagen und dann würde ich mal sagen und dann kann man hier schon mal hoch und dann können wir hier den schotter einsammeln hier den schotter da den schotter und da unten waren wir dann auf jeden fall schon mal da drüben können wir theoretisch auch den schotter einsammeln wir können hier ums eck gehen und das würde ich jetzt eigentlich auch machen wollen also wir gehen hier ums eck okay da gibt es auf jeden fall noch viel zu tun wir gehen aber hier ums eck boah ich werde mich so verlaufen ok also können wir dich einsammeln und dich einsammeln dass ich jetzt gerne mal gucken würde wären quasi meine rüstung die sieht eigentlich noch ziemlich gut aus level 59,4 ok gibt es da doch ein level system finde ich ein bisschen irritierend so sagen wir hier mal vier kommt an die wand zack ok und zwei dann bauen wir hier nochmal die kohle ab da gibt es noch kohle da gibt es noch kohle da gibt es kohle da gibt es kohle da gibt es auch kohle kann man hier auf drei sagen und wunderbar ok so und dann würde ich hier eigentlich zu pflastern wollen genau so und dann würde ich da eigentlich treppen hinsetzen möchten äh treppen hinsetzen möchten genau das würde ich ganz gerne möchten also wir können das mal so sagen so und so und so und so und dann würde ich ganz gerne hier mal sagen ähm wo seid ihr da seid ihr zack zack und zack und dann würde ich wieder die treppen zurücksetzen wollen dann würde ich sagen ähm bäm 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 und dann können wir mal sechs sagen und dann sagen wir hier äh, 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 äh. Das Allgemeine. Was soll denn der schon? Ich darf mir in diesem Schraubendreher kann man das alles relativ easy peasy machen. Ach komm, rutscht mir noch ein Buckel runter. So. Gehen wir wieder auf 4. Bringen wir wieder Licht ins Dunkel. Und Licht ins Dunkel. Und Licht ins Dunkel. Und Licht ins Dunkel. Und das müsste dann auch wieder Sackgasse sein, oder? Sieht mir so aus. Genau. Machen wir hier auch noch Licht. Schön. Okay, haben wir wieder eine Sackgasse. Das heißt, wir können hier wieder ein paar Ressourcen einsacken. Dann würde ich hier auf die 3 gehen. Und wir brauchen wieder eine Schaufel. So, da ist jetzt die Frage, habe ich noch Platz für Schaufeln? Wir können jetzt natürlich auf die Taschen gehen. Und da nicht den Schatter, sondern den Schatter, den Schatter. Eigentlich alles, was voll ist, oder? Erde ist voll. Erde ist voll. Treppen brauchen wir zum Arbeiten. Schattenkohle würde ich auch gern behalten. Das ist okay. 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 Das ist auch okay. Ach, Kupfer ist das gar kein Stahl. Okay. Das ist auch in Ordnung. Dich kann ich da drauf packen. Dann können wir tauschen. Und dann bist du da. So. Haben wir dich hier. Haben wir eine Maus. Haben wir eine Card. Und dann würde ich eigentlich hier mal sagen. Bam. 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 Einmal. Zweimal. Und. Dann kann ich dich wieder hier hoch. Und dich wieder da hoch. Und dann sammeln wir wieder den Schatter ein. So. Haben wir den Schatter erledigt. Dann nehmen wir hier noch das Kupfer. Super. Dann sind wir hier eigentlich durch. Da gab es noch Kohle. Und da gibt es noch Kohle. So. Dann gibt es hier noch Kohle. Da sind wir durch. Da gibt es hier noch Kupfer. Und dann sind wir hier eigentlich schon durch. Super. Da gab es noch was. Müssen wir hier aufmachen, um zu gucken, ob dahinter noch vielleicht was liegt. Genau. Hier. Sehen wir. Das wollen wir ja nicht da lassen. So. Und ansonsten gibt es hier nichts mehr. War hier noch irgendwo was? Nein. Gut. Dann können wir dich eigentlich zumauern. Ähm. Warum würde ich das machen wollen? Wenn wir die Ecke nicht mehr brauchen. Okay. Okay. Jetzt lassen wir jetzt erstmal. So. Da würde ich auf jeden Fall noch weiter wurschteln wollen. Aber jetzt will ich erstmal weiter gucken. Okay. Da oben ist auf jeden Fall auch noch eine Menge. da habt ihr es gesehen. Da oben fliegt wieder sein mieses Monster. Okay. Aber da müsste ich erstmal hier. Okay. Ich sehe auch nicht, wie ich da jetzt ohne weiteres hinkäme. So. Was ich machen wollen würde, wäre hier einfach zur Verdeutlichung, dass ich hier schon war. Und dass es da nichts weiter gibt. Ah. Da habe ich wohl was übersehen. Da muss man den auch noch weg. Okay. Okay.